yo freunde willkommen zu einer kleinen aufnahme ja wir spielen eine runde minecraft auf dem gom server ich habe ja keine ahnung hiervon wirklich ich wollte so ein bisschen ankündigen dass wir vielleicht jetzt die nächsten tage mal ein bisschen mehr streamen ich bin noch ein bisschen am gucken wie was das ist halt die beste qualität bekommt ja ich würde sagen wir spielen auch mal eine runde bei adwars ganz klassisch eine kleine runde so wo sind denn welche drin hier vier von acht da kann man mal rein join und dann geht es ja auch schon los will ihr dein team jetzt ist eigentlich egal welches team ich bin hier so teamauswahl voll voll ganz leer ganz leer und gehen wir ins coole team vielleicht verdienen wir gleich auch keine ahnung und ja ich bin gespannt so ich bin jetzt alleine im team egal vielleicht kommt noch einer und der was ist denn mit ihm warum ist der orange hä der muss ja jetzt bei mir ins team hier im black snipes da warte jetzt kann ich ja hier rein join so jetzt sind wir da zu zweit drin meinetwegen kann es losgehen 40 sekunden noch dann geht's los und dann rasieren wir mal ein bisschen nebenbei läuft übrigens grad southpark wer das ist so eine testaufnahme ob das video überhaupt hochkommt weiß ich nicht wenn ja könnt ihr ja mal in die kommentare schreiben was sache ist ob das ob es hinhaut von der qualität ob das reicht weil mein internet nicht so super ist wo krieg ich denn auch so hier bin ich jetzt alleine oder kommen was sollen das ich alleine hier habe ich sowieso gleich verloren alles gleich weiß gleich wo mein bett ist ja so wo ist das bett diesen eisen dinger das ist schon mal gut ach so hier ist das bett ok wie gesagt ich kenne mich hier nicht so aus letztes mal habe ich ja mit marcel und simon gespielt das war auch nicht so der bringer haben wir auch haushoff verloren gut da ist die mitte einfach mal rüber bauen ich mache es einfach mal es ist halt übel am ruckeln wahrscheinlich bin ich im internet keine ahnung und bedfuss profi bin ich auf keinen fall deswegen ist es nur eine testaufnahme und generell ob das mit dem audio mit der audio passt ob man das mikrofon da sieht oder nicht weil ich auch vor ort stream wollte das ist unseren piloten projekt komplett vor laut also nicht komplett zu 100 prozent nicht aber einfach so die haupt story erstmals streamen und dann mal gucken was das so wird so jetzt bin ich gespannt was es hier wird vor laut da habe ich echt bock darauf abends so immer ein stündchen oder so zu spielen dafür muss ja alles passen will man denn ja nicht verkacken so was habe ich jetzt hier gemacht na klasse das glaubst du nicht so knapp also sowieso schon verloren das ist ja wie gesagt aber nur eine testaufnahme das alles hinhaut ich könnte ja jetzt eigentlich das bett auch zubauen komplett ne mache ich glaube ich mal oh jungen jetzt habe ich hier wenn ich da noch für ein bisschen da noch für sandstein holen und dann kann ich kann ich mir doch hier auch so eine waffe holen so einen schönen knüppel und bock ruhig nur mit gold ich hab doch noch eisen wo ich mir mal so eins hier scheiß nur auf kiste mehr brauchten kisten also habe ich noch sieben ich bin hier erstmal so ein hemd holen so ist es noch kein wird abgebaut bin gespannt muss immer frei hintergrundmusik laufen hoffentlich ist echt gehen mal frei nicht erst mal video gestrikt wird das wäre auch kacke das eisen muss ich noch frei lassen das heißt ich baue das hier so irgendwie bronze muss ich auch frei lassen aber pass mal auf meine spitzhacke dann mache ich mal trick 17 und baue mich einfach dran vorbei so spitzhacke ach ich habe sogar noch ein bisschen eisen das heißt hier kann ich die dann kann ich sie nicht austauschen ach so warte mal der tötet mich doch jetzt safe tötet mich doch jetzt safe mein wert oder nicht was für eine kacke komm her ja ich kann die nicht mal runter boxen habe ich einfach keine ahnung ab von dem spiel weil es so am lecken ist super mein bett ist weg ich bin team blau ne ja toll alles klar ich habe verloren super mehr wollte ich gar nicht das war's mit dem video haut rein und bis zum nächsten mal tschüss